Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3, 2, 1, Start! 40, wir können alle aufhören Ist drin Bereit? 3, 2, 1, Start! 2, 1, Start! Ach du Scheiße! Geht's einem Nachladen eine Pause? Hast du die Uhr? Nein, nein. Ja, können wir Pause-Taschle drücken. Ich hab mal nie eine dumme Öl. Ich hab mal alles geölt. Ja, ich hab 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 alles geölt. Das ist ein Schichtgeräusch. Zwei, eins, stopp. So,üt. Oh,oh... Oh,oh,oh. So gut. Ute. Oberschuss. Ohne viel Schuss. Drei, zwei, eins, Start! Neun! Respekt! Ich darf's aufregen! Drei, zwei, eins, Start! Ein bisschen weniger g'saut, wäre besser! Gut, trotzdem saugut! Das sind 17 Ziele, ist das in Ordnung? Drei, zwei, eins, Start! Drei, zwei, eins, Start! Drei, zwei, eins, Start! Drei, zwei, eins, Start! Jetzt weg! Ich mach' ihn fest! 3, 2, 1, Start. 3, 2, 1, Start. 1, 2, 1, Start. Start! Schusswasser! Gib den Arsch! Gott sei Dank! 3, 2, 1... Statt! Tatsächlich geht nicht! In dem Level findet er... Oh, hier ist der Stoß! Und dann muss man... Das war keine... Und da war auch kein Stoß! Aber... 2, 1... Statt! 2, 2, 1... Super! 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 Weg! Bestand! Bereit? Bereit! Drei, Zwei, Eins, Start! Neunzehn! Amen! So, das Lava, ich fall noch ein bisschen. Das ist der Abschluss von dem Film. Das erste GLS an Chicken River. Ich hoffe es hat euch gefallen. Super gut. Dann wiederholen wir es noch einmal. Und mir hat es gefallen bis jetzt. Ich schiesse ja, ich bin argmell für 32 Landesmeisterschaften. Und ich muss sagen, bisher, was ich geschossen habe, das GLS-Schiessen war immer top, was wir gemacht haben. Die Jahre, bisher. Aber vom Spaß her, war das heute das Highlight. Kegler war auch gut, aber das heute im freien Himmel. Und die Gaudi vor allen Dingen, das versemmelte. Das war das Optimale. Also, bis jetzt war das für mich, komm Schieße her. Und ich schieße schon lange. 70, seit 1970 in den Vereinen. Und auf die Welt gekommen bin ich sowieso mit Knarre in der Hand. Es war das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe. War super. Hat mir gefallen. Und jetzt waren wir der Erste, dass der Platz hat. Also, wir haben die Sekunden zusammen agiert. Jetzt hat natürlich nicht der gewonnen, der am meisten Sekunden hat, sondern der am wenig gewonnen. Schade. Und mit 159 Sekunden hat er Sebastian gewonnen. Ja, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Du kriegst jetzt das Fläschle. Und du kriegst das... Fokal. Das ist doch mal klasse, oder? Das ist das Große. Wunderbar. Das Holz ist rot. Das ist nicht gefährdet. Das ist echt ein Stückchen wie immer. So, und jeder... Wer war das besser? Ich kann nicht lächeln. Ich gucke immer anders. Der Zweite war dann mit 171 Punkte der Detlef. Applaus, Applaus. Der Saarländer. Vielen Dank. Die Saarländer und Felser verstehen sich doch, oder? Der keiner ist. Bist du kein Saarländer? Ich denke, du bist in der Kirchengeburt. Tut mir auch leid. Macht nichts. Der Nächster. Dann haben wir zwei dritte Plätze. Das ist der Christian Salzmann und der Kurt. So, wir drei. Ich brauche wieder. So, jetzt habe ich jetzt die Namen immer dahinter. Aber ich hoffe, ihr könnt einige... Ne, kommt nicht so viele Namen raus. Dann haben wir der vierte Platz. Ist die Nummer 13 gewesen? Ich war nicht da, oder? Ja. So, jetzt können wir doch nicht lesen. Joken... Checky! Hey, Juhu! Hey, Juhu! Checky, super! Respekt! Danke, schön! Hat Spaß gemacht. Du, ein paar Gläser. Bitte. Danke. Dann haben wir den fünften Platz. Das war die Nummer 3. Oh! 3 war ich. Genau. Okay. Bitteschön. Super! Dann haben wir den sechsten Platz. Das war die Stadt Nummer 4. Die Aurengel. Oh! Hopp! Entschuldigung! Mit der Knarre! Wow! Ein Traum! So, dann haben wir... Das war so. Das siebte. Das war dein Gesicht. Das war dein Gesicht. Das sieht aus. Dankeschön. Hat so ein schönes Verdecken. Oder wie war das? Ja, meinst? Dann haben wir den achten. Das war die Stadt Nummer 12. Das war M. Rust. Ja! Ja, gar nicht mehr so schlecht, oder? Ja, glücklich. Servus. Glücklich. Glücklich. Dann haben wir den neunten. Das war die Stadt Nummer 6. Mit 468 Punkte. M. Rapp. Super! Bitteschön. Ja, das war der neunten. Dann haben wir jetzt die Nummer 10. Das war der achte. Der da ist in der Niederspanse. Nummer 8. M. Rapp. Das ging nicht. Mit 517. M. Rapp. Ohne 707. Da. Ja! Da. Gibt es die Musik? Die Melanie. Komm! Auf den guten Weg! Super! Dann haben wir die Nummer 11. Das war die Stadt Nummer 10. Wahnsinn, Stadt! Ja, du hast hier jetzt praktisch drei mitgebracht. Wolfgang. 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 Wuii. Danke. Jawoll. Vielen Dank für meinen Abend. Danke. Ja, das wäre eigentlich gut. Dann haben wir die Nummer 12. Die Stadt Nummer 15. Der Renner. Der Renner. Jawoll. Ich habe das mitverstanden. Der Meisterpunkt hat gewinnt. Du wolltest ungefähr. Okay. Wir sollten alle durchgebracht werden. Jo, das war's. Wir nicht. Haben wir alles? Bis zum nächsten Mal. Haben wir alle? Verdient? Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Super. Wir können hier noch schießen, wenn wir wollen. Und dann hofft, später fällt jeder ein bisschen abräumen. Ach, der Heiko. Massenhaft. Ja. Alles gut. Die Marke können hier hineinschmeißen. In das Rote. Ja, das war jetzt mal klasse. Also, ein guter. Lass ihn euch schmecken. Gute. Also heute. Absolut. Mal zur Baustelle gehabt. Ja. Na dann Prost. Prost. Bis zum nächsten Mal. Mal zur Baustelle. Mal zur Baustelle. Mal zur Baustelle. Vielen Dank.